Tja, das ist es, was Musik kann. Die Menschen verbinden, Brücken bauen. Der Song ist ein absoluter Klassiker von George Gershmin, Sohn russisch-jüdischer Einwanderer. Der Tate wird scheuen mehr nicht kiemen. In dem Kriegerein hat man ihn genimmen. Doch dahin ist er gegangen, wie es ehrensich nicht klang. Wie der Himmel ist befleckt mit Blit. Ja, es gibt Dinge, die kriegt man einfach nicht aus dem Kopf. Das ist wie so ein Ohrwurm, der sich festgehakt hat im Ohr. Da kannst du noch so ziehen, da kannst du noch so Schlussstriche ziehen. Das bleibt, das bleibt, das bleibt, das bleibt. Param, param, param. Er ist Ivan Kroen derriere, was? Param, param, param. Er ist ein Fählück, wie du so glatt war. I go back to I go back to Ja, die sephardischen Juden lebten tatsächlich vor ihrer Vertreibung im 15. Jahrhundert sehr, sehr lange, also jahrhundertelang in Spanien gut integriert. Tja, es kommt, wie es kommen muss. Der Vater sieht, das Kind ist nicht entspannt. Er ruft seine Frau, zitiert sie vor sich und fragt sie, von wem ist dieser Junge? Die Antwort wartet er nicht ab. Er zückt seinen Dolch und er sticht seine Frau. Er ist ein Fählück. Er ist ein Fählück. Er ist ein Fählück. Wie ist er? Vielen Dank. Ja, ihr habt es gemerkt, wir sind in Deutschland, in Berlin. Und zwar zu einer Zeit, da es durchaus passieren konnte, dass der sehr, sehr nette Nachbar von nebenan plötzlich zur Bestie mutiert. Und wenn ein Bösewicht was ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der steig sich sich. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, holleri, holleri, holleri. Ja! Es geht in diesem Lied um das Singen an sich, das Singen, das Glück und die Freude im Herzen. Denn die macht uns gesund. Und dann geht es um das Singen an sich, das Glück und die Freude im Herzen. Applaus 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 Applaus